hallo herzlich willkommen bei dead by daylight hier eine kleine info in der schau doch in der beschreibung rein da werde ich noch jemanden verlinken also die runde ist entstanden mit freunden und einer ist der killer das kann man sich absprechen wer der killer sein soll hier in dieser runde ist es georg er nimmt den killer die hexe kann sich im übrigen auch teleportieren das werdet ihr feststellen und ja unser ziel als überlebende ist die generatoren zu reparieren um das vor nach draußen freizuschalten beziehungsweise zwei tore wenn nur noch eine überlebt gibt es eine luke die sich öffnet damit eine chance hat und die runde wird definitiv witzig mehr bilden vom feinsten also durch übelst knapp und ja zieht euch das einfach mal rein ein bisschen horror witz schau georg stummst du uns alle witz ich werde ja ein bisschen terrorisieren das ist ja nicht mal nötig das geht so ich hoffe du für eine vereinigung gilt für dich bitte nein das gilt für dich, wenn du zu jemand anders weil du ja zu jemand anders teleportiert wirst mhm hab ich richtig bock drauf warum kann man das nicht als killer machen du startest mit jemand anders zusammen alles klar oh ne witz am anfang war das doch schon bei irgendwen irgendwen hatte ich gleich als erstes auf den kicker gleich instant gegönnt leider ja flanders weiß bescheid ne gott ist nicht die einzigste lebensform der der hilft der killer hilft ja auch nur auf dem anderen wege man schlägt dich an einem ort in was nicht wirklich das paradies ist ja das ist in betrachtungsweise ne hallo ja ich bin auch nicht alleine hallo 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 sanning hallo sanning oh doch 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 georg hat das richtige aktiviert ja 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 natürlich also hallo nacht die wählen. Oder irgendwas anderes. Ähm, Jungs, weg. Einfach nur versuchen zu timen, ist ja nicht schwer. Jo, Jungs, ihr solltet da jetzt weg. Äh, okay, Georg. Geh einfach. Oh, da wird wieder verfolgt. Äh, tut mir jetzt schon leid. Junge, wie schnell ist sie? Ja, verziehe ich. Ich meine, geh weg. Ah ja, du Fachkraft. Das ist doch also. Hier am Flaming. R1. Nein. Ähm, weg. Nicht rennen, sondern, ne? Nee, Alter. Ist ja eh, oder? Ich höre ja Koro gar nicht. Ich höre ja Koro gar nicht. Ich höre, ich lausche lieber. Wieso macht sie die Sachen halt? Ich höre gar nicht. Scheiße. Wir müssen einen Toten finden, der Deutsche. Immer den. Können wir mal anfangen gerne in Abgehörung zu reparieren? Dachte ich mir auch gerade. Ich höre mal. Ich höre mal. Nicht eigentlich. Ich höre mal fressen. F***. WTF. Jörg, darf ich fragen, was für Killer du hast? Die Hexe. Nein. Nein. Oh. Was größte Mist schießt? Was man das mal haben kann. Komm mal da weg. Verdammt normal, Alter. Warum? Äh, doch. Komm, warum fragt du denn, wenn du doch eh in den Schrank saßt, wo ich gesehen hast. Ähm. Okay, schon wieder. Entschuldigung. Lass mich doch mal holen, schau mal hinter dir. Der ist auch eine Person. Ey. Richtig, Anti-Made. Also irgendwas stimmt da nicht. Ihr rennt mich durch die Fallen, aber ich kann mich nicht reflektieren. Hilf mal. Hilf mal. Oh. Oh. Oh ja. Oh. Oh. Hey, ich brauche auch Hilfe, du Arsch. Ey, du Arsch, bleib hier. Ich brauche auch Hilfe. Hä? Ähm. Wer ist da gerade vor mir weggelaufen? Ey, heil mich. Lull. 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 Warum ist... Warum ist mein Leben wieder hoch? Wurrst doch gar nicht gehittet, du Affe. Ich habe nur Marke, dass ich mich gehittet. Ich kann mich nicht teleportieren. Warum geht das nicht? Ähm. Weil du unfähig bist. Hä, das ist ja komplett los. Ich kann meine Fähigkeit unterziehen. restohicht. Weil, so normalerweise Jochem Hoyer nicht alle sind die Kuhlzcido oder dahinten. Ich konnte, nicht so gut gehen. Ich habe eine extrem Fähigkeit hinein gepra kindergarten, doch ich würde die Pr stampft, Ich finde die gratulierung des Updates and 2 aquellos. Hohe den Fassaba mit 0. Satz 1. Alle machen ruhig, Heikers. Halt nix durch. Wieso ruhig? Ruhig. Wieso? Koro, komm, dann hält's. Du kannst hier den Händen mal wegnehmen. Ach, Mannu. Ach, Mannu. Das hat mich einfach vorbei gerannt. Das ist so interessant. Ist er noch da? Nein. Mir ist da grad was aufgefallen. Ja, dass ich mich nicht reportieren kann. Und da ist das so merchandise. Ich brauche die heute. Wie hätte ich mir im Erdbeer sehen? Ich geb dir das eine akte physisische, ich bin glücklich. Danke. Auch hier! Hallo? Hallo? Ist jemand da? Nein! Marco und ich so hallo, du bist da! Achtemarsch, Spendel! Das ist ja leise! Kannst du nicht leise sein? Ich verrate sogar lieber mit meinem eigenen Bruder und Schwester und dann ist sie... Okay, hör auf damit! Kannst du mich mit einem Knochen-Oma so gut tragen? Oh, was ist das? X-Loo... Ranzolo... Mausenbam! Es tut mir leid, dass ich euch alle verraten habe. Könnt ihr mir bitte helfen? Ich bin absolut nicht... Was tut ihr? Mach dir einen blöcken Dreier! Junge, hör mal an! Bitte macht... Dreier! Kann ich uns nicht so fahre Teleportieren, das ist echt hart umfassend. Wer dürfte Teleportieren ist scheiße. Ich kann mich nicht mal Teleportieren... Der soll jetzt verlust, ich bin mit der Wutte. Aber das Erscheinen schon ist creepy. Soll ich komm schon, ich hab kein Pockets, vielleicht nur noch... Ich lebe noch! Der P-G-5-2-2, der gerade in der Hand liegt schon! Wie wird das Ding von du hast? Komm schon! Jetzt lebt keiner mehr! Ich hab sie alle rumgebracht. Ich habe sie alle rumgebracht! Auf die guten Spärmsschmackeln! Bitte bitte, bitte... Kommt nun Elf... Womoda! Hä, wie konntest du mich... Oh mein Gott, wie konntest du mich treffen?! Oh mein Gott. Dann bin ich. Andere. Tschüss. Bye. Und diese komischen Ruiden-Dings ist nervig. Ey meine Güte, komm schon. Bin ich das einzige Ding, was du jagen musst? Woll ich jetzt mit wegen deiner Haut faul machen oder willst du es lassen? Hey meine Güte, du musst vielleicht eine Hexen-Lagd fahren schneiden. Hilf mir mal bitte. Ja, ein. Was, warum bin ich schon wieder so direkt tot? Ich glaub, weil du am Sparrensager schon. Ich hab die ganze Zeit nichts gedrissen, das macht nicht mal Sinn. Nein, das allgemein, weil du dahin gekommen bist, dass du Ex machen musst. Nein, du kannst das zweite Mal auch noch... Hey, bleib stehen jetzt, helf mir. Aber guck mal, jetzt kann ich mich endlich wieder teleportieren, aber ich brauch mich nicht, ich weiß nicht wo da bin. Vielleicht muss... Vielleicht musst du Leben nehmen. Vielleicht muss ich echt jemanden hinten... Ah ne, normalerweise gibt es auch so. Deswegen war hier... Ach, Bro. Bruder, hast du dich erschrocken? Ich hab kein Gesicht gesehen. Ohne mich zu wissen würde ich gerade alles geben. Komm schon, Generatoren, eigentlich ist ja schon fast durch. Nee, mach, mach. Äh, nur wenn die Musik so richtig anhört. Oh, das würde ich mal auch gehen. Ne, ne, das war ne richtige Entscheidung. Ja. Das war schon eine richtige Entscheidung. Ja. Wenn dir hat da was platziert, dann kann ich nicht mehr hingehen. Los, 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 mach ruhig. Keine Scheu. Aber du denkst... Wenn du meinst. Nein, also, geh weg 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 weg. Bist... Kannst, kannst du zerstören. ich denke die schwächen dann aber wie viele fallen sind denn auf dem glück also dass die dunkle rote seite ist nicht wahr alt habe ich glück warte mal wer ist als erstes gestorben ja du ne ich hätte gesagt wer als erstes stirbt ist der killer immer nein wer zuletzt stirbt das ist ja doch das ist doch gar keine kollege stehen bleiben stehen bleiben halt stopp stopp bin so knapp entkommen das problem ist ihr hört nicht aber ich höre euch nicht bis ich euch sehe doch auf die heide zu machen das geht doch so hilfe leute hilfe dieser lichtgeben helfen irgendwie die den abgelenkt abgelenkt ich will ja lull alter hä was ist das für fein wie trifft er mich denn mal dadurch du hast so viele die ne oh der englische ruine weg wirst du wieder entkommen vor dem ja natürlich ja das ist gar nicht er nimmt durch vier verschiedene fallen und meine hexe brot sich viel mal hin und her wenn ich einmal teleport rücke sie hat so viel luck das problem ist ich kann mich nur zu verletzten leuten teleportieren das heißt wenn koru durch ne wenn koru durch den tp läuft durch die falle läuft kann ich mich das ist gut verletzten kann jemand zu mir kommen ok warte kurz verletzten du weiß nicht ja jungs ach leute ist nicht wahr leute bald kann uns nicht mehr so oft aufhängen ja oh nein mittel ich habe ihn auch ganz unten ein von euch brauche ich ach man leute ich sehe euch gerade nicht boah da wurde ja mal aufgehauen ja den sehe ich ja und ich muss tut mir leid ganz weg sonst kriege ich ärmer ich glaube er ist tot er muss falten hier helft mir hey helft mir ist jemand afk gegangen ich bin sogar da ach so helft mir mit mit dem aber vorher was musst du da verschieren ich habe zu sagen ihr helft euch erstmal dem wir euch erstmal verbringen ach ich glaube das ist erst bei dem helft der gerade kurz vor sterben ist naja merken im aber ich in im in 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 Ich bin auch noch bei dir. Alter, ich seh... Ohne Witz, ich seh dich immer noch als Spieler markiert, ne? Weil ich hab diesen Pack ausgewählt, dass ich Spieler sehen kann, Verbündete. Oh. Ja, eigentlich ist es quasi auch nicht so wert, dass du auch sagst. So, ich hab mir da irgendwie so gedacht, ich häng mal hier Loden da ab. Ja, das ist schon los. Hä? Wie hast du mich denn... Du hast den Falschen erwischt. Ja. Ich check das nicht. Der Holtritt. Ich weiß, dass... Ich weiß, dass Koro wohnt, heißt aber Koro ist von den Koko-Blacken. Oh, fuck off. Na. Oh mein Gott, pass auf, nicht, dass du stirbst, du bist der Letzte. Schraus. Ich glaub, man bin ja nicht auf meiner Schulte oder so. Ja. Oh, du bist denn gekommen. Ich wollte nur sagen. Ich hab Koro. Wo bist du, du Versteck-Krimine, Verstecksau-Vocke? Du kannst nicht nach Freien. Ich bin schon komplett weg, Alter. Ich bin vergangs, weil der Kollege Ton vor dem Himmel ist. Co ist weiter Richtung einen Wald gegangen. Er ist im Teil los dahin. Leute, ich hab nur ein Problem. Ich kann mich nicht weiter erholen. Sucht Luka, sucht Luka. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht weiter erholen. Du musst theoretisch zur Luka kriegen, ne? Ja, wenn du weißt, wo du bist. Ja gut, das macht sich schwierig, wenn ich am anderen Ende der Map bin. Ja, ich weiß. Alter, mein Komo ist ja in der Länge. Der ist so nah dran, du bist so ein bisschen. Das ist ein Speedblip. Ich wünsche mir, wenn du weiter die Hörer ausgehst, dann ist der Timex geil. Du kannst mir nicht mal zuschauen, du Opfer. Du kannst mir nicht mal zuschauen, du Opfer. Ich weiß, aber... Du kannst nicht eine Perspektive ja immer noch sehen. Hier ist jemand tot. Ich weiß nicht, wo ich mir meine Dunkel kaputt gemacht habe. Junge, ich suche jetzt einfach selber die Luke. WTF? Der kleine F***, so viel Lacken, das gibt's gar nicht. Survival-Experte. Ja, Mann. Ja, Junge. Du liegst tot am Boden. Oder etwas? Du kannst das kriechen und bluten. Oh. Ähm. Naja. Äh. Ich bin eine Frau. Siehst du das nicht? Richtig, siehst mich nicht. Nein. Siehst mich? Dich. Alter, das ist ja die Disco. Ich hätte ja heute... Heute... Links, rechts, 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 rechts. Rechts. Links. Aber schon, wenn ich dich aufhebe, hast du immer noch... ...ich habe mich frei. Ja, Moin. Alter. Ich schwöre, bei Gott, ich ziehe dich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das gefressen mir. Ich habe echt geklappt. Beste Folge ever. Auf jeden Fall ein Like da lassen, ohne Witz. Jetzt mal einen Daumen hoch da abgeben. Auf jeden Fall. So, kurze Auflösung. So. Ah, ich muss dir gerade Props geben. So, jetzt haben wir einen kleinen Trupp hier. Und ich übernehme die Rolle des Killers.